Oh Mann, 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 was dritte Mal in Folge gewonnen, sehr ungewöhnlich, ah, das ist, ja, heute hat er mal wieder gute Laune, der Bot, so, kann den hier heilig tun, ich bin unbesiegbar, habe ich jetzt gedacht, und zack, fall einfach mal, ja, von der Spalte, ich weiß gar nicht, woran es lag, ein Spalte gesagt, jetzt habe ich es gesehen, warte mal, ich nehme jetzt mal den Raketenwerfer und das stumme Gewerde und probiere es mal aus, hallo Freunde, Damn Geh ins Gesicht mit dir Es auf, ist noch genug da, für alle, wieso nimmt er immer die, hä, wieso nimmt er denn immer die Schrotflinte, ich verstehe es nicht Ins Gesicht, ins Gesicht, Gisela, Gisela, ins Gesicht, habe ich dir gesagt, schön aufessen Yeah Ich bin unbesiegbar Nur nicht lange Hallo, möchte keiner, er will nochmal, wer hat noch nicht Geh weg, Revenant, geh weg, Revenant, geh weg, Revenant, geh weg, Revenant Alter, huah Ist den Überblick so ein bisschen behalten hier Ist alles so ein bisschen hektisch, okay, hier müssen wir wahrscheinlich dann gleich rein Dazu müssen wir einen roten Schädel finden, so wie das aussieht, aber wie kommen wir denn da rüber Nein, uah, war klar Geh weg, lass mich, lass das, lass das Du stinkst, ist da Maggi, habe ich dir gesagt Yeah Bam Was haben wir eigentlich für Herausforderungen, fällt mir gerade auf Da könnten wir eigentlich auch mal eben Da können wir eigentlich auch mal eben schauen, ne, was, äh Der Todian, sammle vier Bretonenmagen Okay, eins von vier haben wir erst gefunden Oh, da müssen wir noch drei weitere finden Töte zehn Dämonen mithilfe des, von Verstärkern Für vier, was, beinfiege Glorykills Bei Höllenschindern aus Rechtes Bein angreifen Oh Gott, da muss man noch wissen, welches Bein Oh Gott Kann ich so balten? Das balte ich mir niemals Ich glaube, das sieht irgendwie cool aus Ein bisschen matschig, die Textur Naja, gut Ich glaube, wir müssen hier rüber Oh Gott Ja, natürlich kommen jetzt welche Das ist so klar Geh einfach weg War so klar, wenn ihr drüben steht, dass das Gegner kommt Yeah Ich spiele Doom Ich spiele Doom Ich spiele Doom Und ihr guckt zu Ja Did it Did it Ihr geht zurück In die Hölle Und ich nicht Geh weg, lass das Mach dein Maul zu Das stinkt nach Maggi daraus Ich hab gesagt, lass das Hier ins Auge Der Optiker hat angerufen Du hast einen grauen Starr So Da ist Rüstung, die nehmen wir natürlich noch mit Leben Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder Kommen wir hier wieder zurück Geht das? Hüah Hüah Nein, nein Was mach ich denn? Oh Huh 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 Welcher könnte dafür sterben? Wie komm ich denn? Ist das ein geheimer Raum da drüben? Oder ein geheimer Bereich? Huh Huh Oh, geister Dank Huh Blut und Wasser hier am schwitzen Alter, der hat wohl eine schlechte Laune Ich kann es nicht ändern Das ist so Ne Ah, guck mal hier Ich kann es leider nicht ändern Es tut mir leid So Ähm Boah, wie geil das hier aussieht Alter Schwede Ich glaube wir müssen hier über die schwebenden Plattformen drüber Und da kommen wahrscheinlich jetzt gleich wieder Gegner Deswegen werde ich mal eben auf das Sturmgewehr wechseln Was nicht mehr so viel Munition hat War ja klar Warum sollte das auch genug Munition haben? Na komm, spawnt doch schon Ich weiß doch, dass ihr spawnt Nein, doch nicht? Okay Habt ihr es doch gut gemeint mit mir Da oben müssen wir wahrscheinlich auch noch hin Schauen wir mal Sesam, öffne dich Und da hinten müssen wir nicht hin Das ist aber echt verwunderlich Ich gehe da trotzdem nochmal gucken Nicht, dass ich da irgendwas verpasst habe Da kommt man auch nicht irgendwie rüber, ne, oder? Ja gut, wir müssen eh da hinten Dahinten, hinterhin Vielleicht kommen wir von da aus nach dort Müssen wir mal schauen Von da aus nach dort Was ist das für ein Deutsch heute? Vielleicht müssen wir da auch gleich hin Schauen wir mal, was haben wir denn noch? Ich würde den Raketenwerfer nochmal nehmen Der war gar nicht mal so Oh je Oh je Da komm, spawnt doch schon Ich warte schon drauf Yeah Hallo mein Freund Ich schieße dir eine Rakete in den Rücken Dann kannst du dich bücken Wer schießt denn da? Hey Revenant, mein Freund Im Multiplayer bist du immer mein bester Kumpel Für mich Ciao Geh weg, lass das Der war doch gerade einer, oder? Ach guck mal an, der haut ab Der Dicke haut jetzt auch ab Wieso das denn? Haben die alle Angst vor mir? Habe ich ein falsches Deo drauf? Yeah Yeah Bam Alter, was? Hast, ich bin hastig Alter Huah Hilfe Wer mit dir? Yeah Finish him Komm ich da hoch Hilfe Oh Gott Huah Wieso habe ich denn schon wieder keine Muni? Ich fass es nicht Aber jetzt hier Na wo seid ihr denn? Hallo Revenant Revenant, 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 Revenant Geh sterben Ich glaube Du explodierst Gisela Hast du mich nicht mehr lieb? Dann ess auf Ist genug da Oh, was ist das denn? Oh, okay Da warte ich noch ein bisschen Uah, was Uah, wo kommt er denn her? Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Hat man den nicht gesagt? Man soll Leute nicht von hinten erschrecken? Zumindest mich nicht Okay Ich glaube das soll es gewesen sein Für den Bereich Schauen wir uns wieder um Sammeln wieder ein bisschen ein Ui Ich sollte vielleicht die Kettensäge gleich mal wieder nehmen Die vergesse ich immer Aber wir nerven aufreiben das Spiel manchmal Ist bei den Arena kämpfen hier Ich habe ein bisschen Angst Dass wir gleich Besuch bekommen Von was Größerem Also Nicht das was ihr wieder denkt Das ist was Größerem Nein Ihr habt schon wieder schmutzige Gedanken Ich weiß es genau Ich meine von etwas Großem Was hier rumläuft Ist egal wie ich sage Klingt es falsch Ich lasse es glaube ich ganz Ähm Ich nehme mal das Gewehr Und die Kampfschrottflinte So Ach nein Guck mal an Wie cool Apropos Rune Apropos Rune Haben wir ja noch gar nicht weiter ausgerüstet Ne Munitionsgegenstände laufen noch Okay, was haben wir hier? Benutze 30 Ausrüstungsgegenstände Ah verdammt Wir müssen mehr Granaten werfen Das vergesse ich immer Was wird durch Abschluss von Rune Prüfung 7 freigeschaltet? Oh Ich hoffe das ist 7 Rune Prüfung Geschwäche mit den schweren Sturmgewehr Drei Hüllen Ritter Und führe dann Tod von oben Glory Kills aus Bevor die Zeit abläuft Um Jottes Willen Was verlangt ihr alle von mir? Was ist das? Jawohl 2000 Alter Was? Ja, jetzt läuft Jetzt läuft So Meine Güte Eine Rune Prüfung nach der anderen machen wir hier Also für dich auf YouTube natürlich wahrscheinlich erst in einer anderen Folge Aber Ja, hier im Stream Falls du mal dabei sein willst Ich schaue einfach mal vorbei So Rune Prüfung Und dann Tod von oben Oh Gott Wo sind sie denn? Nein, was? Was? Was denn? Wieso ich die denn? Oh, keine Money mehr Super Ah, jetzt Okay Tod von oben Ich habe keine Money mehr Sehr schön Geil Okay Das war auch Tod von oben Aber das bringt mir nichts Aua Lass das Ja, das war's Boah, das ist aber echt schwierig Das ist echt schwierig Verdammt Nur Schwächen Ja, ja, ich weiß Nur Schwächen Nicht umhauen Oh Gott 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 Puh Aua Alter Lass das Lass das Lass das Lass das doch Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich weiß nicht viel Ich weiß nicht viel Was ich hier kriege Wo ist er denn? Höh 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 Ich habe keine Money mehr Höh Geh weg Lass das Lass das Lass das Das schaffe ich nie im Leben Ist immer noch nicht von oben Was? Alter Oh Gott Aber so kann ich wenigstens die Glory-Kills von oben mal ausprobieren Dass ich sie mal hinkriege Höh Äh Aua Lass das Ja, ich bin tot gleich Ich bin gleich tot Höh Was? Alter Okay Das wird Schwieriger als ich dachte Bin ich ganz ehrlich Ich dachte die ganze Zeit Dass ich das schon gemacht Schafft habe Jetzt gerade Weil ich die ganze Zeit In Glory-Kill gemacht Aber ich muss echt von oben drauf springen Das ist Puh Hm Nein, bleib unten Du sollst unten bleiben Aua Lass das Nein Höh Yeah So Okay, so klappt es Wir müssen natürlich da irgendwie hinlocken ein bisschen Wo ist er denn? Aua Lass mich Ihr habt ganz andere Lass mich Ja So, ein bisschen Money wäre Yeah Okay, das wird doch leichter jetzt irgendwie Wenn man weiß wie So Suchen und vernichten Erziele ein Glory-Kill aus großer Entfernung Uh Oh, auch eine schickere Rune Aber ich glaube ich bleibe erstmal bei denen die ich habe Haben wir jetzt schon den Das Den neuen Rune-Slot eigentlich freigeschaltet? Würde mich mal interessieren Huch Ähm Oh, jetzt ist ein ganz klein wenig Musik im Ladebildschirm Ansonsten ist hier Totenstille Das einzige was man vielleicht hört ist meine Playstation Weil die voll abgeht wie ein Ventilator Naja, gut Immerhin haben wir auf jeden Fall schon mal diese Rune-Prüfung auch abgeschlossen So Nur mal einen Schluck aus der Dose Schon wieder gewonnen Alter Jetzt räumt es aber ab Jetzt räumt es ab Das ist ja unfassbar Daria räumt ab im Chat So Dann schauen wir mal Ja und willkommen zum Live-Let's-Play Hier in der Let's-Play-Live-Show im Stream Schön, dass ihr eingeschaltet habt So, da kommen wir noch nicht durch, ne? Ne Okay So Bisschen Leben und ein ganz klein wenig Rüstung können wir noch gebrauchen Da müssen wir glaube ich langen Guck mal, hier ist noch Leben Zack 150 Bisschen Rüstung vielleicht noch irgendwo rumliegen Da unten liegt noch Rüstung Zack, zack So 150 75 Das sieht super aus So Ich schau mal eben Ich glaube ich werde Für ein Raketenwaffe und Sturmgewehr Können wir Muni noch gebrauchen? Muni ist da auch wieder gespawnt, ne? Uah Da ist doch was Guck mal an Zack So Und was ist das hier überhaupt? Karte aktualisiert Achso Cool Ah, da können wir auch mal gleich gucken wegen den Secrets Hier sind Ach, hier sind Teleporter Hä? Wir müssen da oben hin oder hier hin? Schauen wir uns gleich mal an Mal kurz eben gucken Kurz gucken wegen Munition hier Ähm So Nicht hier noch Muni? Warte mal Da war doch so viel Muni in der Arena Kann doch nicht sein, dass da nur einmal 40 Stück Rumliegen Und mehr nicht Das kann ich mir gar nicht vorstellen So, da liegt Schrotflinten Huch Da liegt Schrotflinten Munition Ähm Hier oben liegt noch Muni Jawohl Sehr schön Raketenmunition Hier unten vielleicht nochmal irgendwo Ne Hier war die Rüstung am liegen So wenig lag hier Kann man mal sehen Kann man mal sehen Aber wie cool ist die Munition nochmal spawnen noch Und das Leben und so Das Hilf 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 Dass man sich das nochmal einsammeln kann Alles So, ich schau mal eben schnell auf die Karte Ähm Ach, guck mal hier oben Ist so ein Also hier und dann rechts hoch Ist so ein kleiner Böbel Und wir haben Noch ein Teleporter Da unten in der Ecke Ich frage mich Wo der uns hin teleportiert Da bin ich mal sehr gespannt Ich denke mal da oben geht es wahrscheinlich Dann noch weiter Und dann dorthin Bis dann irgendwann hier Zur großen Arena Oh Gott Oh Gott Oh Gott was Oh Gott was Oh Gott Hilfe Hm Gehe ich jetzt erst zum Teleporter Oder die Treppe Also die Treppe Vermute ich mal Geht es wahrscheinlich weiter Ich guck mal wo uns der Teleporter hinführt Ah wie geil Cool Yeah Sein eiserner Wille auch in dem Übergang stark Der die Schwachen verführt Denn nur er war der Hellwalker Der entfesselte Jäger Der nach Vergeltung suchte Überall Im Schatten Im Licht Im Feuer Im Eis Am Anfang Und am Ende Und er jagte die Sklaven des Schicksals mit unglaublicher Grausamkeit Denn er überschritt die Kluft Wie vor ihm nur die Dämonen es vermochten Yeah Ich bin der Hellwalker Ja Gute Nacht Sven Schlaf gut Danke dass du da gewesen bist Und Ja Was GSTX Mensch 88 Grüße dich Willkommen zu Let's Play Live Show Ich hoffe ihr habt den Namen richtig ausgesprungen Willkommen zum Live Let's Play von Doom So Wir befinden uns gerade in der Aufnahme Wo bin ich denn jetzt hier Ach guck mal Na Aha Cool Jawohl Sehr schön So Bretonenmarker haben wir jetzt gekriegt Ach hier oben sind wir jetzt Guck mal eine an Huch hallo So Das sieht aus wie ein Jump Pad Oder ein Teleporter Entweder ist es ein Jump Pad oder ein Teleporter Ich weiß es nicht Höh Okay ein Jump Pad Jetzt sind wir wahrscheinlich auch dort oben wo wir hin sollten Ne Also muss hier oben Ich vermute mal dass da oben Hm Sieht einladend aus Dass da oben wahrscheinlich das Secret ist Oder ist... Da ist es Secret. Ich seh's. Hö, da will ich hin. Hallo. Yeah. Dragpack. Vielen lieben Dank für den Follower. Dankeschön und willkommen zur Let's Play Live Show und zum wie gesagt Live Let's Play. Ich nehme gerade immer noch auf für YouTube und ich, äh, ja. So. So. Danke für den Follower und danke, dass ihr alle da seid. Vielen Dank. Wie gesagt, über Live von der Playstation geht's ja nicht. Da hab ich ja eine total schlechte Qualität. Aber hier über der Elgato geht's ja. So. Dann schauen wir mal, was für Mods wir hier haben. Uh. Die eine Drohne haben wir ja irgendwie verpasst beim einen Level. Was haben wir denn hier? Benutze die Waffenmod L2, um rein zu zoomen und einen schadenintensiven Schuss aufzuladen. Belagerungsmodus. Benutze die Waffenmod L2, um einen mächtigen Strahl aufzuladen, die Ziele durchdringend. Bewegung ist, äh, derweil nicht möglich. Oh, das ist, okay. Hm, 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 hm. Raketen während des Fluges detonieren zu lassen. Uh, hm. Gedrückt, um Ziele zu erfassen. Nachdem sie erfasst werden, beim Feuern drei Raketen aufs Ziel abgefeuert. Äh, kostet uns aber drei Schüsse dann, ne? Ich find das mit dem, hier, mit der Präzision, find ich gar nicht mal so schlecht. Ich glaub, das nehm ich mal. Wer, wer weiß, was da... Wer weiß, was da noch für ein Gegner kommt. Ich bin da sehr gespannt. So, ähm... Babyroboter. Von so einem brauche ich ein Kuscheltier. Ich würde gern so einen Babyroboter gerne haben, hier so vom Spiel, also in real life. So, als Maskottchen zum Hinstellen, das wäre mal ganz geil. Warte mal, bevor ich jetzt weitergehe, mal eben schnell auf die Karte schauen. Ja, hab ich mir gedacht, es geht da weiter. Es geht wahrscheinlich dort unten. Hier haben wir sofort alles gecleared. Da ist noch ein... eine Rüstung, die wir, glaub ich, noch nicht haben. Ein paar Secrets haben wir noch nicht gefunden. Da ist noch ein kleiner grauer Bereich, wo wir noch nicht waren. Ansonsten waren wir schon fast überall. Alter, diese Karte, wie riesig das ist. Da unten ist noch ein grauer Bereich. Da waren wir noch nicht. Hm... Okay, aber ansonsten haben wir eigentlich fast alles zwei Extras für uns noch und eine Elite-Wache. Vielleicht kommt die ja noch. Wir sind ja noch nicht durch mit dem Level. Also, dann schauen wir mal. So. Worauf haben die denn geschossen? Will ich das wissen? Hm, naja. Uh, guck mal, hier haben wir auch eine Strohflinte gekriegt, falls wir die liegen lassen hätten. Hm, hm, hm. Da möchte wohl jemand, äh, dass wir reinkommen. Ein Kuscheltier davon wäre mega. Ja, stimmt. Da möchte wohl jemand, dass wir hier kurz jemanden besuchen gehen. Oh, es geht wieder los. Es geht wieder los. Ich freue mich sehr. Yeah. Okay, die Türen sind zu. Brauche ich gar nicht hin. Na, wo sind sie denn? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Gibt noch einen Weg, oder was? Wer läuft denn da? Wer ist er denn? Lass das, aua. Komm her, deine Mama hat gerufen. Du sollst nach Hause. Ja. Wo ist der hin? Huch. Ach da. Hör auf damit. Oh, nein. Die alte ist schon wieder da, ne? Wo ist sie? Hau auf damit. Nein. Lass das. Lass das, habe ich gesagt. Lass das. Ich habe gesagt, lass das. Okay, wenn du nicht hören willst, musst du fühlen. So, tschau. Okay, komm her. Ja, survival. Ach, das geht nicht bei dem. Ach so, taucht nichts bei dem. Okay. Ich habe doch gesagt, die Mama dann rufen. Verdammt. Meine Güte. Äh. Äh, äh. Äh. Lass das. Ja, ich weiß, dass ich wenig Leben habe, aber die Affenköppe, die, äh, ja. War es das jetzt? Nein. Der ist schon wieder. Guck mal hier. Ich habe dir gesagt, deine Mama hat angerufen. Du Hellenbrot, du fleischfressender Maden-Junkie. Äh, da sind zwei, was? Äh, ciao. Ich muss nach Hause. Meine Mama hat gerufen, es gibt Essen. Tschüss. Wieso sind noch einmal zwei? Wollt ihr mich verarschen? Äh, die kommen hier runter. Geh weg. Was da unten? Wieso stehen die da unten? Äh, ich muss hier weg. Äh, Aua. Lass das. Uah, was? Wieso kommen die hier rauf? Uah, huah, huah. Nein, 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 war ich nicht. Ich habe deinen Bruder nicht getötet. Nein. Das war deine Schwester. Hahahaha. Ja, die sieht genauso aus wie du. Höh, da geht er hoch. Nein, ich wollte sie nicht alle machen. Penner. Jetzt lebst du noch. Wieso lebt der noch? Das gibt's noch nicht. Nein, 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 lass das. Höh, ich bin gleich tot. Ich muss den erledigen. Nein, was? Fuck. Mist. Ah. Herbeireden. Ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show und zum Live Let's Play von Doom. Doom, Doom. Meine Güte. Boah, dieser Hüllensack, ne? Unglaublich. Er hat Sack gesagt. Er hat Sack gesagt. Fuck. So. 94%, dann geht's wieder zurück in die Höhle. 95, 99, okay. Oh nein, wieder von vorne. Egal. Diesmal kriegen wir's hin. Ist ja jetzt nicht so schwer. Wir wissen ja, was auf uns wartet. Hallo, Jungs. Ach, die kämpfen, ach so, die kämpfen untereinander. Ja, dann lass ich die mal. Dann warte ich so lange, bis die fertig sind. Spare ich mir Munition? Nö, guck ich mir das an. Huch, was war das denn? Ach so. Ich versteck mich, ich versteck mich hier, hier kann mich keiner sehen. Hallo, na du, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Deinen Bruder hab ich erledigt und meine Schwester auch. Geh weg, lass das, ich muss ihn wegmachen. Ja, hier. Schlag dich mit deinem eigenen Horn. Bam. Aua, was, wer haut mich denn da? Uah. Du kleiner Pimpf, lass das. Lass das, das tut, lass das, das tut weh, hör doch mal auf damit. Du hör auf, hab ich gesagt. Kann ich die Truller mit der Säge erledigen? Würde mich mal interessieren. Yeah. Doppelt hält besser. Ist wohl das Make-up verwischt, wa? So. Hey, dein Bruder kommt gleich wieder und deine Schwester. Ihr seht alle gleich aus. Guck mal hier. Bam. So. Jetzt brauch ich erstmal ein bisschen Muni, ein bisschen Leben. Das nehm ich auch noch mit. Wee. Ach, guck mal, hier geht's auch lang. Wusste ich gar nicht. Ist doch ein bisschen doof, weil die so Sackgasse ist, oder? Ach nee, doch nicht. Ah, cool. Ist also ein Durchgang, wusste ich gar nicht. So. Wer ist denn? Ach, die sind da. Na. der hängt. Er wird. Er wird. Er wird. Er wird. Er wird. Dort, Ciao. So, wo spawnen sie denn? Da hinten. Wo ist dein Bruder? Wo ist dein Bruder gelassen? Nein, wieso wechselt der denn schon wieder auf die, Mann, wieso wechselt der schon wieder auf die Flinte? Ich versteh's nicht. Ich kapier's nicht, wieso der immer auf die Flinte wechselt? Nein, ja, jetzt bin ich gleich wieder tot. Das ist so witzlos. Ich hab extra auf den Granatwerfer gewechselt, als Zweitwaffe. Ja, und das, das MG ist jetzt weg, oder was? Ach, komm. Uah. Geh weg, lass mich. Lass mich. Lass mich. Wieso denn schon wieder die Flinte nicht verschließen? Wieso wechselt der mal auf die Flinte? Nein, ich bin gleich, nein, 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 dein Bruder mache ich jetzt erstmal alle. Er hat's verdient. Und gleich bist du dran. Du Mutter deiner Schwester. Wo bist du? Höher. Feiges Stück, du. Yeah. Du stinkst nach Maggi. Hat dir schon mal einer gesagt? So. So. Ähm. Entschuldigung, ich musste immer mal lachen. So. Ähm. Ja, warte mal. warte mal. ich musste mir so. Okay. Okay.